Mein Name ist Tabea Schwarz. Ich studiere Management & Economics an der Ruhr-Universität Bochum. Nebenbei arbeite ich an der Ruhr-Universität im Bereich E-Learning Group. Mein Name ist Nils Metzler-Neute. Ich bin seit dem Jahr 2006 Professor für anorganische Chemie an der Ruhr-Universität Bochum. In meiner Forschung untersuchen wir, wie sich Metallverbindungen als Wirkstoffe in der Medizin einsetzen lassen, zum Beispiel als neue Antibiotika oder als Wirkstoffe gegen Krebs. Seit Herbst letzten Jahres arbeite ich im E-Team Digitalisierung. Dabei unterstützen wir Lehrende beim Einsatz digitaler Elemente. Das E-Team der RUB und insbesondere Frau Schwarz habe ich kennengelernt auf der Suche nach Möglichkeiten, die Lehre in der anorganischen Chemie zu modernisieren und damit auch das Fach für die Studierenden attraktiver zu machen. Zum Beispiel wird in der Vorlesung Anorganische Chemie II sehr viel Fachwissen über die chemischen Elemente vermittelt und das ist erfahrungsgemäß tröge. Wir arbeiten campusweit. Dabei gehen wir individuell auf die einzelnen Lehrveranstaltungen ein. Bei einem Metzler-Neute erarbeiten die Studenten selbst Lehrvideos zu den Elementen des Periodensystems. Und so hat mir mit Frau Schwarz eine Studierende der Wirtschaftswissenschaften geholfen, die Lehre in der anorganischen Chemie zu modernisieren, zeitgemäß zu machen und ehrlich gesagt, mir selber hat das auch ziemlich viel Spaß gemacht.